sie kennt auch kein ende also sehr penetrant ja jordi musste lernen das musste lernen ja sie ist aber auch noch nett also im gegensatz zu ihrer mutter die korrigiert war aber die ist jetzt schon zwölf und halte die setze ich gar nicht mehr ein dass sie nicht immer so wenn ja viele hunde teilweise wort nicht toll wenn sie die ganze zeit auf den drauf springt und umwuselt die haben ja eine andere sprache als wir und die sprache ist halt so dass sie wie gesagt hat lass es ist zu viel genau sie mag es halt nicht